Nein! Nein! Hey Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minekraft Survival. Und ja, wir spielen wieder mit Nela und ihr seht schon, Nela hat hier einen kleinen Prank gemacht. Und zwar, sie hat mein Haus also mit Erde halt so umringt oder so. Und das wird sie in der heutigen Folge, glaube ich, abbauen. Mein Ziel ist es, eine Höhle zu finden und ein bisschen Dias zu farmen. Nela hat schon Dias, warum auch immer. Okay, Creeper, Creeper, Creeper. Junge, jetzt hat der hier noch ein bisschen was zerstört. Will der mich veräppeln? Oder nicht? Da kommt der die Tür rein. Oh nein, was macht der Knecht jetzt hier? Komm, den kill ich. Easy. Oh mein Gott, nur noch zwei Herzen. Also ich habe vor, in diesem Projekt noch nicht jetzt zu sterben. Also ich möchte auf jeden Fall schon voll Eisenrüstung haben. Wenn ich auch heute sterbe, wäre es komplett lost. Aber ich baue hier mal das ab. Oh Gott, nee. Da, 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 da. Okay, let's go. Das Wasser ist schon mal weg. Aber... Ja, also was... Wie hat Nele das geschafft? Das möchte ich gern wissen. Ich baue hier schon mal ein bisschen ab, auf jeden Fall. Oh. Hoffentlich ist mein Feld nicht kaputt gegangen, ey. Das wäre ja nicht so gut. Aber hier das noch machen. So, Nele baut das schon ab. Ich helfe auch mal kurz ein bisschen mit. Aber dann gehe ich auch gleich los. Ja. So. Nein, mein Feld von mir ist kaputt. Und... Oh Mann. Ich habe keine Hacke dabei. Na gut. Ich verpiesel mich jetzt. Und... Ja, also... Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der Höhle wieder, ne? Da sch prüend? Ja. Da! Dä? Ja! EJ-P Maiar! т Also Leute, ihr seht schon, es ist keine Höhle, sondern es ist ein Dorf. Ich habe ein Dorf gefunden, sehr nice. Das ist mein zweites Dorf in diesem Projekt. Und erstmal hier die Heuballen mitnehmen für lecker, lecker Brot. Mal gucken, was wir hier noch finden. Vielleicht ist hier auch sogar eine Schmiede. Eine Schmiede wäre sehr gut. Da war auch eine, aber ich. So, ich habe jetzt drei Lachse bekommen. Und ich glaube, ich sollte es auf jeden Fall schaffen, die Katze zu holen. Da ist ein Unterwasser-Zombie. Guck mal, du willst doch Stress. Dann ist auch noch einer. Schiech! Der hat einen Dreizack. Oh mein Gott, weg, 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 weg. Der hatte einfach einen Dreizack. Ich habe nur noch drei Leben. Junge, ey, erstmal Ofen-Kartoffeln essen. Als ob. Junge, Junge, Junge. Da ist ein Eisengolem. Komm, Leute, diesmal werde ich es schaffen, den Eisengolem zu holen. Diesmal ist es auch nicht so doof. Hier, komm hier. Ich hole mich extra noch einen hoch. Perfekt. Let's go! Den Eisengolem haben wir. Yes! Hoffentlich droppt er ein bisschen Eisen, ne? Also, vier droppt natürlich immer Eisen. Aber ich hoffe so vier, fünf. Warte, wie viel hat er jetzt gedroppt? Drei, oder? Drei, ich habe vier. Ja, dann müsste er drei gedroppt haben. Aber jetzt erstmal suche ich die Katze. Wo auch immer die sein könnte. Ich habe die andere Katze noch nicht gesehen. Also, es gibt ja immer. Zwei gibt es auf jeden Fall immer in einem Dorf. Und ich möchte diese schwarz-weiße haben. Die sieht ein bisschen aus wie meine. Nur, dass meine nicht weiß ist, sondern schwarz und grau. Aber, ja. Und wie ihr seht, wir haben hier sogar auch Karotten. Karotten sind auch sehr nice. Weil ich habe bis jetzt nur Kartoffeln und rote Beete. Aber rote Beete pflanze ich nicht an. Weil bringt halt gefühlt nichts. Und deswegen baue ich es auch nicht ab. Oh, Eisen. Hoffentlich drei, vier. Zwei. Wow, zwei Eisen. Wirklich. Hat sich richtig gelohnt auf jeden Fall. Aber wo ist jetzt die Katze? Ich möchte doch die Katze haben. Bitte, gib mir eine Katze. Und ich finde keine Katze da. Hier ist auch ein Truh drin. Ja, gut. Mietz, Mietz, wo bist du? Komm her, bitte. Boah, es wäre so cool, eine Katze zu haben. Wirklich. Ich habe sogar extra Fische gefarmt. Extra Fische habe ich dafür gefarmt. Geisteskrank. Und die waren echt schwer zu bekommen. Ich habe am Anfang halt gar keine gefunden. Und jetzt finde ich die Katze nicht. Es ist eine reine Sucherei hier. Wirklich. Oh, jetzt falle ich da noch rein. Zum Glück ist da so ein Weg nach oben wieder. Oh, da ist sie. Oh, komm, komm. Oh, jetzt ist auch wieder eine Kunst, die zu bekommen. Komm, Mietz, Mietz, bitte, bitte, bitte. Komm her. Mann. Ich treffe die nicht. Hallo, ich treffe die einfach nicht. Komm. Junge, ich bin zu blöd dafür. Ich treffe die einfach nicht. Was ist das? Jetzt. Nein. Nicht essen, nicht essen. Mann. Bei den Ofenkartoffeln verliert man auch voll schnell Leben. Nein, jetzt habe ich sie geboxt. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Mann. Let's go mit einem Fisch. Mit einem Fisch. Wir haben sie. Ich fütter sie auch gleich nochmal. Gleich. Erst mal essen. Und jetzt nochmal füttern. Weil ich sie auch geboxt habe. Dann muss sie sich wieder regenerieren. Yes, let's go. Wir haben eine Katze. Eine Katze haben wir. Geil. Und hier ist auch die Schmiede. Und da werden wir auch gleich mal reingeben. So. Oh, ganz gutes. Fünf Obsidian. Fünf Obsidian. Oh mein Gott. Ein Apfel juckt nicht. Ein Goldbarren juckt auch nicht. Eisenhelm und Eisenschwert. Und noch ein Eisenbarren. Digga, das ist voll gut. Vor allem das Fünf Obsidian. Da ist auch noch Lava drin. Aber ich habe gerade keinen Eimer. Ich möchte mir auch keinen craften. Als ob der. Fünf Obsidian. Da habe ich da reingefallen. Dann verpiesel ich mich jetzt von dem Dorf. Scheiße auf die zweite Katze. Weil es jetzt auch regnet. Da gehe ich lieber mit einer Katze nach Hause. Und ja, dann sieht die jetzt, wie ich nach Hause gehe. Oder doch nicht? Was macht die Katze denn hier so weit draußen? Oh mein Gott. Okay, ich hole mir noch die. Die sieht auch süß aus. Ich habe zwar keine Katze, die so aussieht, aber egal. Komm, die hole ich. Oh Mann. Jetzt habe ich sie. Komm. Eine. Wenn ich das mit diesem einen Lack schaffe, dann bin ich ein Katzenflüsterer. Mit einem. Was? Digga, was? Ich habe beide Katzen mit einem Lachs bekommen? Das ist mir noch nie passiert. Was? Wie heftig. Jetzt aber ganz schnell nach Hause, weil es regnet und ich habe vielleicht ein kleines Problem. Ich weiß die Rechnung nicht mehr, wo wir lang gehen müssen. Aber es wird, glaube ich, nichts Schlimmes passieren, außer es wird gleich noch Nacht. Nacht und Regen, das ist die schlimmste Kombi, weil es können ja jetzt auch Monster spawnen, wenn es regnet. Meine Katzen sind noch bei mir. Ich sage ehrlich, ich habe ein bisschen Angst jetzt, ne? Ich habe ein bisschen Angst. Och nee. Wo geht es lang? Ich weiß nicht, wo wir lang müssen. Nee. Nein. Och Mann. Und es wird nachtperfekt, ey. Es wird einfach nacht. Ja, ich bin... Nee, nee. Das wird wahrscheinlich die letzte Folge sein. Auch mit Eisenswert. Alter, die sollen übertreiben. Die sollen übertreiben. Was zur Hölle? Junge. Nee, ey. Komm, 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 komm. Ich bin auf jeden Fall schneller als die anderen Monster. Aber ich habe voll viel Kallen verloren. Ich glaube, ich fress gleich was. Da hinten sind noch mehr Zombies. Creeper, Creeper. Nein, 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 nein. Katzen, Katzen, passt auf, passt, 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 passt. Meine Katzen sind fast verreckt. Verreckt? Verreckt. Jetzt kann ich bestimmt was fressen. Komm, komm. Weg. Nee, Kackspinne, verpissell dich. Verpissell dich, habe ich gesagt. Nein, 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 oh mein Gott. Das war die letzte Folge vom Projekt. Und damit würde ich sagen, ciao Kakao von eurem LeonTV. Bye, bye. Bye, bye.